So Leute, Shop ist da, let's go! Traktzegein, Cratergoat, Megameister Dites9, der zwei Wochen verschwindet ist. Vielen, vielen Dank Leute, Kurs geht raus an jeden Ehrenmann. So, 5, 4, 3, 2, 1, Cratergoat, Megameister Dites9, Kurs geht raus an jeden Ehrenmann. Ihr könnt nur 50€ PaySafe-Karte gewinnen, vielen Dank. So, LOL, Shop aktualisiert sich nicht. Ah ok, jetzt. Oh mein Gott. Aura ist zurück, ok. Nice, nice. Rückenaccessoire, sehr gut. Und natürlich die Spitzhacke. Gilt auch, natürlich zwei verschiedene, oh ja. Ok. Rückenaccessoire natürlich auch, nice. Ok. Alter, drei verschiedene Styles, nice auf jeden Fall. Nicht schlecht. Ah, ok, ok, ok. Boah, nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. Und hier, Sandsturm, Alter. Boah. Alter, das ist ein geiler Sound. Boah. Bestes Rücken, das das war, sonst muss es sein. So Leute, und wir haben sogar einen neuen Tanz, CraterCode, MegaMeister13 Leute, vielen vielen Dank an jeden Ehemann. Let's go. Nice, nice. Golfschläger war vor Ort. Zwei Wochen schon mal drin, jawohl. Wie schlecht der Skin. Nice, nice Freunde, nice, nice. Und hier jetzt Leute, Sonderangebote. Sechs Gegenstände für 2475. Alter ist der Tanz geil, Mann. Der Tanz ist so heftig, Leute. Geil, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. Vorher bist du nicht mehr mit dem Platz. Ja, der ist das so durchgeführt. Was ich hier jetzt mit meiner Mutter verhause ausfügt? Sachen Leute. Fishing auch nochmal. Also Leute, nicer Shop. Lasst auf jeden Fall ein Like da auf Ehre. Creator Code Megameister13. Vielen, vielen Dank. Kurs geht raus. Das war's mit dem Shop. Bis zum nächsten Video. Ciao.